massenexodus bei der rente und bei der jugend prophezeit rentenbeiträge und krankenversicherungs beiträge steigen bis 2050 auf über 50 prozent an mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de eine studie prophezeit ein massenexodus der jugend denn bis 2050 werden alleine die krankenkassen beiträge und die rentenbeiträge wenn das hier so weitergeht in deutschland auf bis zu 50 oder über 50 prozent des bruttoeinkommens steigen das würde dazu führen dass ein großteil der jugend aus deutschland abwandern würde oder aber in die schwarzarbeit gehen würde meine damen und herren diese studie die hier auch federführend dafür ist wurde er auf der in der zeitschrift welt mit einer ausgabe vom 28 28 2024 als beitrag auch also in einem beitrag auch genannt diese studie sagt aber auch schon dass das gesamte sozialversicherungssystem schon deutlich vorher ins wanken geraten würde und folgedessen halt eben auswanderung und schwarzarbeit die folge wären meine damen und herren eines dürfte klar sein wenn man sich die demografische entwicklung in deutschland anguckt dann bedeutet das dass wir ja jetzt schon immer mehr menschen haben die in rente gehen und dafür immer weniger arbeitnehmer haben und diese zahl dieses verhältnis kippt jetzt ganz langsam ja und das sind keine phantastereien von mir das sind die realitäten und nach seriösen studien wird prognostiziert dass wir bis 2030 ungefähr fünf bis sieben millionen fachkräfte haben die nicht mehr in deutschland die nicht mehr da sind das heißt also die leute sind einfach nicht mehr da und wer soll denn die ersetzen so und die folge wäre dass natürlich dass wir die rentenversicherung am laufen halten müssen oder aber wir lösen sie auf letzten endes wenn wir sie am laufen halten müssen natürlich auch die die beiträge in die rentenversicherung nach oben gehen oder aber der zuschuss der bundeszuschuss in die gesetzliche rentenversicherung muss steigen das wäre aber dann die nächste katastrophe die letzten endes auch zum exodus des finanzhaushaltes führen kann denn wenn der bundes zu der hier wird gibt es auch prognosen die sagen dass der bundeszuschuss dann irgendwann mal in absehbarer zeit die hälfte des gesamten staatshaushaltes ausmachen würde und das ist eine situation die absolut unhaltbar ist und das kernproblem bei der ganzen geschichte ist dass es alles bekannt ist als es auch der bundesregierung der handelnden bundesregierung bekannt aber die machen nichts natürlich wird jetzt versucht das rentenniveau auf 48 prozent stabil zu halten aber unter der voraussetzung dass wir das rentenversicherungssystem nicht für andere leute aufmachen das heißt also es soll ja der status quo so wie es jetzt ist beibehalten werden arbeitnehmer und arbeitnehmerinnen und bestimmte gruppen von selbstständigen wären weiterhin in der gesetzlichen rentenversicherung pflichtversichert hingegen beamte und ein großteil der selbstständigen in deutschland eben nicht meine damen und herren und das ist genau das kernproblem dass wir sozusagen nicht in der lage sind eine einheitliche gesetzliche erwerbstätigen versicherung für die gesetzliche rentenversicherung zu machen ist im übrigen auch verfassungsrechtlich überhaupt kein problem beamte in eine gesetzliche rentenversicherung mit einzubeziehen ohne dass die ihren status als berufsbeamte aufgeben müssen das ist nach verschiedenen entsprechenden studien und auch ja aussagen von professoren und auch vom vom rechtlichen dienst des bundestages wäre das verfassungsrechtlich überhaupt kein problem es wäre natürlich eine ordentliche aufgabe die mit rein zu bekriegen aber letzten endes wäre das kein problem und eine bürgerversicherung in der gesetzlichen krankenversicherung ist per se schon gar kein problem weil ja der vaterstaat hier letzten endes selber entscheiden kann wie er seine krankenversicherung in deutschland organisiert wir brauchen in deutschland keine zweigeteilte krankenversicherung eine private und eine gesetzliche das ist absoluter humbug was wir brauchen in deutschland ist auch hier letzten endes eine krankenversicherung für alle aber ausgestattet dann als bürgerversicherung und nicht als erwerbstätigen versicherung meine damen und herren ob es zu einem massenexodus in der rentenversicherung und bei der jugend 2050 kommt ich weiß es nicht ich kann sie nicht sagen ich kann es ich will mir das gar nicht vorstellen aber fakt ist auf jeden fall eins ich bin froh dass es solche studien gibt die auch letzten endes so was in die in die überschrift reinnehmen und sagen hier droht uns echt gefahr und ich kann nur hoffen dass nun langsam aber sicher die bundesregierung mal aufwacht die grünen die spd und die fdp und ihre roten linien wegziehen und endlich mal über eine erwerbstätigen versicherung in der gesetzlichen rentenversicherung nachdenkt und eine bürgerversicherung in der gesetzlichen krankenversicherung das wäre zwingend notwendig ein erster großer schritt um hier die probleme für die zukunft zu lösen näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel und in der schriftlichen krankenversicherung und in der schriftlichen krankenversicherung Untertitelung des ZDF, 2020